Okay, die Truhe hätte ich. Da vorne ist noch eine und da gibt es gleich den Kampf. Ich jump mal hier rüber. Okay. Was ist los? Ah. Longy. Perfekt. Ja, würde ich auch mal sagen. Wow. Und der Lippenbart. Nur noch. Nein. Ach Mensch. Sowas will doch keiner. Kann man hier irgendwo speicheln? Ich bin mir sehr unsicher, was das angeht. Ich muss einen anderen Weg finden. Pili hätte diese Samen sicher gern im Garten. Werte, sie weiß auch was über sie. Okay. Was haben wir denn hier? Noch ein Klumpen. Noch ein Klumpen. Okay, das bringt uns nicht viel. Wir müssen tatsächlich... Wirk geradeaus. Und dann hier hoch. Flüge. Wir müssen da anders hoch. Wir haben schon wieder fünf Prioritlumpen. Das finde ich schön. Ich finde es auch schön übrigens, die ganze Kleidung freizustellen. Weil hier ist sie wirklich hübsch. Also schon alleine, dass man Kai Katans Ausrüstung hier hat. Das ist... Ich kann es immer nur sagen. Für mich als... Wirklich... Ja, den Stars Jedi Knight Fan. Also ist das echt ein Segen. Und das erfüllt mich so ein bisschen mit Stolz, dass man diese wirklich tolle Spielereihe gesehen hat. Und gesagt hat... Okay, wir müssen hier vielleicht noch ein bisschen was machen. Ich frage mich, was die Dinger sind. Ich werde sie nie verstehen. Oh, das hätte ich denen noch zuhören können. Aber naja. Oh. Oh nein. So. Sehr schön. Okay. Nein, das war anders. Das wollte ich machen. Ah. Das reicht. Danke. Ah, ist schon wahr. Hundertprozentig. Yep, hier muss es was geben. Oh Gott. Oh nein. Nicht, dass wir angegriffen werden. Oh. Ähm. Nein, 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 nein. Okay, das ist eine coole Sequenz. WD. Und. Oh nein. Sehr schön. Und rüber. Mal schauen, was es gibt. Okay. Das war nicht schlimm. Uh, irgendwelche Absturz-Codes oder so. Hm. Ähm. Oh, 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 wow. Oh, 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 wow. Kann jetzt... Eine Art elektrifizierbarer Pfeil? Ja. 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 All von BD1 lassen sich zu den Gegnerischen drohen. Außerhalb des Kampfes leichter hacken. Nice. Und das bekommt man nicht regulär in der Mission, wie ich sehe. Da... Moment. So. So. Eier. Und dann... Pium. Abgefahren, Hummer. Abgefahren wie Bremsbeläge. Pium. Sind die gerade gefallen? Naja. Nun. Es gibt Sachen, die glaubt man gar nicht. So, jetzt können wir gefühlt alles nochmal neu machen, weil wir jetzt wieder Sachen haben, mit denen wir... Okay, kann weitergehen. ...eine andere Sachen freischalten können. Ich wollte eigentlich das Ding hier hinten töten, aber... Was ist passiert? Ich bin wohl ganz anders lang. Ich bin wohl ganz anders. Jetzt sind wir wieder hier. Warte mal, da oben ist wieder so ein Teil. Sorry. Willi will's wissen. Kann ich den so... Warte mal. Ne, so treffe ich den nicht. Den kann ich von da hinten treffen. Das hat nichts gebracht. Oh nein. Let me sink, please. Please let me just sink. Warte mal. Warte mal. Ist das... Das, wenn ich... Ne. Der Pfeil, der kann nicht so fliegen. Das geht um das 100% pro. Ich sehe da halt nur einen Eingang, ne? Aber... Das klappt nicht. Oder ist es... Geht das doch? Warte mal. Nein. Das ist nicht zum Festhalten. Das sah eben aus, als ob da so diese Streifen waren. Wir müssen da hoch irgendwie, ne? Ich bin ein sehr alternativer Sinker. Okay, passt. Nein. Nein. Please stay there. Und dann schuss. Los geht's. Und... Was? Ich bin bereit. Tschüss. Wer will dazu? Ja, ja. Warte mal. Wollen wir erst mal um den kümmern. So. Ach, Mann. Ich will gerade ganz in Ruhe den Stil wechseln. Und dann einfach mal draufhauen. Nein. Au. Ich komm auch rein. Hi, Kumpel. Werd ich nicht. An Priorit klumpen. Deswegen bin ich hier hoch. Hm. Ich will runter. Ich will hier raus. Na. Ich will vielleicht da hoch. Vielleicht gibt's hier noch mehr. Äh. Sesam öffne dich. Sesam öffne dich. Äh. Warte mal. Bei dies. Wow. Lagertanks. Was passiert, wenn ich das mache? Ich will. Hallo. Ihr könnt ruhig weiterreden. Fühlt euch nicht beobachtet. Ich erschieße dich. Ich erschieße dich. Komm. Du auch. Tschüss. Gern. Was ist das? Was ist das? Was ist das für eine Energieklinge? Was ist das für eine Energieklinge? Ah. Die ändern sich zum Teil gar nicht mehr dran. Was hast du gefunden? Verlassene Prospektoren ausrüstern. Ah. Okay. Tschüss. Nun. Wisst ihr was? Wenn wir gerade hier sind, dann heilen wir uns einmal. Und dann geht's wieder hoch. Jibiii. Sehr schön. Was ist das? Na. Noch einmal. Eieiei. Den habe ich aber weggeschneggelt. Hoch. Der Rad ist ausgefallen. Gegen das Kugels funktionieren unsere Sensoren nicht. Wenigstens bist du noch einsatzfähig. Korrekt. Aber die Gefechtseffizienz ist entsprechend reduziert. Wenn wir angegriffen werden, gehst du in den Nahkampf. Diese Logik ist vernünftig. Ja. Der KG-T gefährlich. Schaden verunsichert. Zack. Zack. Gut. So viel dazu. First. Okay, jetzt. Kommt irgendwas Spannendes. Imperialer Posten. Hallo, Imperialer Posten. Okay, kann weitergehen. Äh. Ich würde das gerne untersuchen. Das ist ziemlich viel Feuerkraft. Hm. Wie sieht's denn aus? Was triffst du? Hm. 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 Und da war noch der Nebel. Für sowas habe ich keine Zeit. Bring deinen Blaster zur Inspektion. Au. Würde mal sagen, aua. Nun. Möglichst viel Durcheinander erzeugen, würde ich sagen. So lautet unsere Devise heute. Ah. Sorry. Ah, moin. Nun. Huch. Das sind ein bisschen viele. Okay. 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 Wie machen wir das jetzt mit euch? So. Gelegen. Ich bin so ein Freund von Route Control. So. Ah. Hm. Wo steckst du? Oh, nein. Ich glaube, wir haben ihn. So schnell kann er nicht sein. Was ist das? Hast du die Typen mit dem? Auch noch ein Pfeffer. Es wird nur eine Minute dauern. Na, komm, schieß auf mich. Das war's. 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 Mann. So. Nein, 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 nein. So, komm du her. Ah, hallo. Okay. Nö, hat geklappt. Alle tot. Och, nö. Kämpfe an meiner Seite. So, Kämpfe an meiner Seite. Danke. Hilfe. Viel Spaß. Kämpfe mit mir. So, viel Spaß beim Kämpfern. Ihr seid fit genug. Oh, ja. Okay. Jetzt, hau mal drauf hier, hör mal. So. Weiter, weiter. Reiß dich schnell an. Äh. Oh, ja. Aua. Aua. Hier her, Kämpfe. Aber war gut. Okay. Aua. 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 Moment. Könnte ich auch. Könnte ich dich auch nochmal runterziehen? Aua. Jetzt geht's mir besser, Tigi. Aua. 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 Das war der Letzte. Das waren viele. Wir sind in einer Basis, würde ich mal sagen. Oh, falsche Seite. Hi. Stehen bleiben. Ich lasse niemanden durch. Ich, ich habe gesehen, was du mit den anderen gemacht hast. Je die Abschau. Aber bei mir gelingt dir das nicht. Selbst deine Zauberei kommt nicht durch 15 Zentimeter imperiales Stahlglas. Oder? Die Strukturwerte zeigen an, dass... Du solltest die Tür öffnen. Ich sollte... Was? Hier gibt es nichts zu sehen. Du hast Befehl, mich durchzulassen. Das... Das ist eine Inspektion. Ich habe Befehl, sie durchzulassen. Entschuldigen Sie die Verzögerung, Sir. Sie werden feststellen, dass alles nach Vorschrift ist. Hoffentlich. Danke. So doof wie du bist. Geringe Willensstärke hält sie mich davon ab, die Galaxis zu erobern. Wie weise das einfach ist, ne? Okay. Hm. Absolut. Ich habe eine Vermutung. Hört das? Nein. Wozu? Wozu, Digga? Äh. Oh, sorry. Ich musste gerade aufstoßen. Nein. Hm. Äh. Will irgendwas damit machen? Kaputt machen? Also ich will... Stopp. Ich sehe da hinten was. Hey, mein Tü, Diggi. Du bist dran, BD1. Oh, ja. Okay, jetzt ergibt das Sinn. Okay, ist nichts, was ich kaputt machen kann. Schade. Wir sind ausgesperrt. Mach mal. Mama zappt darauf auf, ja. 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 Ich. 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 Ich.